So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Die Frisur sitzt, würde ich sagen, Grüße an Solmecke, ne, in der Vergangenheitsform, als er noch Haare hatte und so aus war wie ich gerade, ne. Da muss ich schon mal erst mal wieder googeln. Solmecke früher Haare. Und dann sieh die Bilder, huiuiui, das ist ja total wild. Wir wollen wieder ein bisschen was maxen am Max Out Monday. Ich muss mich jetzt beeilen, gleich klingelt es nämlich an der Tür. Jonas versucht gerade einzuschlafen. Pupsi ist nicht da. Ramses ist allein zu Hause, deswegen ist der Frisur auch so wild. Wir wollen wieder sechs Pokémon maxen. Ich habe einen Titel Pokémon rausgesucht. Das habt ihr im Titel gelesen. Das werde ich auf Level 50 ziehen in 100%. Fünf Vorschläge von der Community. Werde ich gucken, ob ich maxen kann. Ihr schlagt immer was vor. Ich schaue, wenn ich ein Hunderter davon habe und genüge in XL, werde ich das auch maxen. Generell hat sich bei meinen besten WP stärksten Pokémon ein bisschen was getan. Dadurch, dass ich ja letztens noch dieses Krypto Shiny Mewtwo hochgezogen habe, das ist jetzt hier auf Platz 6, und die 200er hochgezogen habe aus Dortmund. Das eine heißt jetzt Mark, das andere heißt niemals. Und jetzt stehen die da hinter dem Jochen, weil Jochen ist immer noch das Original mit 783 Raids. Ihr seht langsam nimmt Mewtwo hier vorne alles ein. Adi. Bisschen Contenance, ja. So, ich will aber jetzt direkt hier rein. Will mein Titel Pokémon maxen. Das habe ich mir in die Zwischenablage. Vier Sterne und Arm habe ich eingegeben. Habt ihr auch einen Arm mit vier Sternen? Wir haben schon mal ein normales Armaldo gemaxed. Diesmal wollen wir das Krypto Armaldo maxen auf Level 50 in 100%. Da machen wir jetzt Power-Ups. 360 XL brauchen wir dazu. Knallen das hoch. 3220. Ich versuche jedes 100er Krypto zu maxen und weiß gar nicht, ob ich eigentlich die Vorstufe von Armaldo schon gemaxed habe. Jetzt habe ich aber eh keine Bonbons mehr, also würde das jetzt eh flach fallen. So, machen wir mal so. Drücken mal hier drauf und gucken mal hier nach dem Anorid. Oh mein Gott, ich habe noch nicht mal Anorid gemaxed und ich sehe, ich habe ja schon ein Krypto-Anorid auch noch in 100. Das heißt, ich brauche nochmal 360 XL, um hier dann die Familie irgendwann voll zu machen. Gehen wir schnell mal in die Kommentare, in die Vorschläge von euch. Balou sagt Lilminip oder Dresella. Gehen wir mal ein. Lilminip, Dresella. Dresella ist 50. Lilminip ist nicht 50. Mach mal Power-Up auf 50 sind 1164. Erster Vorschlag der Community ist abgearbeitet. Ich glaube, Jonas ist ein Schnuller, ist wieder rausgefallen. 1164. Meryl, mach mal bitte einen Sackjahn, wenn du eins hast. Sackjahn? Habe ich das Problem? Ich habe einen Hunderter, aber ich habe nicht genügend Bonbons, um das zu maxen. Ich bräuchte noch 97. Deswegen machen wir daran nichts. Muss ich warten, bis das wieder zurück in die Raids kommt. Miku sagt, Sneebel mit Feder auf 50 bitte. Gehen wir nochmal rein. Gucken nach Sneebel. Haben Snee-Boss gemaxed. Haben Snee-Bunner gemaxed. Sneebel mit Feder. Vor allem haben beide ja eine Feder. Aber er meint bestimmt hier dieses Hässliche. Machen wir also auch auf Level 50. Sieht nämlich cooler aus als das Normale. Ist auch Edel in Weiß. Nehmen wir so mit. Machen den Tag dran. Level 50. Ist der zweite Vorschlag von der Community, der gepasst hat. Relaxo sagt Palkia. Können wir kurz zeigen. Palkia ist auf Level 50 mit 4512. Dann haben wir Genaya, die sagt Imantis. Da weiß ich, dass ich die Weiterentwicklung, glaube ich, schon habe. Habe ich aber Imantis selber. Level 50. Level 50. Sind schon beide gemaxed. Braucht man nicht. Niklas Heinze sagt Biso-Funk. Beziehungsweise schreibt er hier Bizarre-Funk. Biso-Funk. Ist nicht gemaxed. Da fehlt noch was. Nämlich, ich brauche insgesamt 208 XL. Das geht leider nicht. Wie viel haben wir jetzt? Sneebel. Lilminip. Bin mal gespannt. Paras. Paras Blutzug. Sagt Jochen. Schauen wir mal kurz hier rein. Paras. Paras-Sack ist gemaxed. Paras ist gemaxed. Blutzug ist. Omot gemaxed. Blutzug selber. Wechseln wir mal. Und zwar das hier. Das Krypto auch. 100% Krypto-Blutzug. Ihr seht, Jonas schreit zwar, weil es in Schnull herausgefallen ist. Meistens quengelt er eh, weil er müde ist. Nach einer Zeit hört er auf und ist dann eingeschlafen. Macht euch da nicht zu viel Sorgen. Manchmal ist er einfach müde. Quengelt ein bisschen und schläft dann ein. Wenn ihr jetzt hört, er ringt um Luft und stirbt, dann müsste man doch mal aufstehen und müsste ihn mal kurz durchschütteln, dass er die blaue Farbe wieder aus dem Gesicht geht. Ihr seht, ich bin ein sehr guter Vater. Nein, mittlerweile weiß man, was was ist und was wie ist und welches Geräusch man wie wo zuzuordnen hat. Manchmal schläft er auch. Kurz geht's. Man schläft er einfach weiter und jeder andere würde schon ausrasten. Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Muss man auch manchmal einfach akzeptieren, wie es ist. So, Blutzuck. Das hätte eigentlich auch mal ein Titel-Pokémon werden können, werden müssen oder wie auch immer. Ommor hat auf jeden Fall also gemaxed. Blutzuck gemaxed. Da muss ich noch den Level 50 Tag dran machen. Habe ich eben eigentlich den Level 50 Tag dran? Dann bei, ja bei was denn? Bei Sneebel. Sneebel mit Feder habe ich glaube ich jetzt vergessen. Gehen wir nochmal zurück, drücken nochmal drauf. Nö, ist Level 50 Tag dran. Das heißt, drei von der Community. Hammer. Gehen wir weiter, suchen. Kommandutan, sagt der Cosimun. Kommandutan müssten wir schon gemaxed haben. Zeig mal aber mal kurz. Kommandutan. Kommandutan wird ja jetzt auch eingeführt als Shiny bei den Go-Fasten 2770. Hier steht Sneebel, bitte. Was ein Sneebel ist, weiß ich nicht. Wenn die Sneebel meint, haben wir ja schon einen gemaxed. Grüße geht raus an die Laura. Laura sagt außerdem Dialga. Dialga haben wir gemaxed auf 50 mit 4565. Dass man das auch mal zeigen müsste, nicht mehr vorschlagen. Herkules sagt auch Dialga. Dann kommt der Kollege, der sich nicht mehr anmelden kann. Dann kommt Lil Coke mit Gelatini. Hier wird es interessant. Da ist auf jeden Fall die Familie nicht voll. Wir haben Gelatino gemaxed. Wir können also Gelatrobo und Gelatini machen. Weil er Gelatini wollte, machen wir Gelatini. Okay, machen wir das so. Wir machen genau das, was da steht. Normal müsste ich eigentlich die zweite Stufe erstmal maxen, weil die ja höher ist als die erste Stufe. Aber machen wir einfach direkt so, wie es da steht. Kriegt ihr auch Level 50 Tag auf 1168. ist der vierte Vorschlag. Adi, jetzt ist doch mal gut, oder was? Jetzt hör doch mal auf, da hinten an dem Karton rumzumachen, oder wie? Hast du Langeweile? Genau, komm lieber her und sei süß. So, vier. Hier, Marc, niemals sagt Kramurks. Der müsste auf jeden Fall noch gehen. Kramurks 50, nicht auf 50. Kramurks 50, no problem. 1.766. Machen wir auch hier den Level 50 Tag dran. So ungefähr. Jetzt muss ich nochmal durchzählen. Kramurks, Gelatini sind zwei. Sneebel, Plutzok sind drei, vier. Und Lillenminit haben wir noch am Anfang, glaube ich, gemacht. Sind fünf, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, müsste es passen. Und es waren fünf Vorschläge von der Community. Vielleicht ist ja gar nicht so viel übrig. Hier steht noch Pummeluf. Da ist Bisa, Fan, Enzo, Elisabeth ist übrig. Benjamin Engel, Scheinux, Jan Lange, Gräscher Plus. Alter, ist da schon wieder in dem Karton drin. Da wärt's zum Sachsen. Shaggy Rogers, Krypto Amaldo wäre mein Vorschlag. Das habe ich mir abgeguckt. Deswegen habe ich das schnell als Titel Pokémon genommen. Damit es nicht einfach so in den Vorschlägen untergeht. Haben aber trotzdem aus Versehen jetzt das Blutzuck in Krypto mitgemacht. Guckt euch das doch mal an. So was Unverschämendes, ja. Da hat man schon den Holy-Karton dahingestellt, weil man den irgendwann mal auspacken will. Und der Adi nutzt die Gelegenheit in dem Moment, wo man gerade angreifbar ist und kümmert sich um die Sache. So, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, das waren fünf. Es ist. Ich muss jetzt, weil Marie kommt gleich von der Schule hier so da sonst was. Keine Ahnung. Schnell noch aufnehmen. Dann wieder weg. Dann wieder los. Damit er sich um 15 Uhr rauskommt. Das war es von meiner Seite aus. Was habt ihr zuletzt gemaxed? Schreibt es mal in die Kommentare. Und Jonas, keine Sorge, ich bin schon auf dem Weg. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses.